Ich traue Justin nicht. Hä? Nur weil ich Traitor bin? Guck mal, ich gehe jetzt voll ins Traitor-Menü! Guck mal, jetzt habe ich plötzlich keine Waffen mehr und jetzt habe ich eine Crowbar und jetzt habe ich nur Shotgun. Pass auf, hier ist eine Tür, du musst dich umdrehen. Ey, wer ist da vorne? Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Ey, wartet auf mich, wartet auf mich. Mach die Tür schnell zu, bevor der Twitter kommt. Was seid ihr denn überhaupt? Ich red hier immer alleine rum, ey. Ich weiß immer nicht, wo ihr seid. Ja, ich bin das. Ja, er ist Traitor. Ich bin kein Traitor. Gibt es hier nicht auch... Ich habe gar keine Waffen. Gibt es hier auch wieder so einen Raum, wo man das rauskriegen kann? Nein. Philipp schießt! Nein, der Traitor hat mich abgeballert, hör auf! Er hat mich doch ab... Ich bin doch tot! Oh mein Gott, es ist Fanny! Was? Fanny ist Traitor. Was? Ja, natürlich bist du Traitor. Warum bin ich denn Traitor? Mann, ich finde euch nicht mal, ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid. Ich bin verarschen. Wenn es jetzt ja alle wissen, kann man ja quatschen. Ja. Weil ich habe... Weil alle sind... alle sind nämlich tot. Achso. Ah, nice. Ich hatte einfach so das Gefühl, dass du es bist. Ja, du hast auch... du hast auch Dings abgeballert hier. Ja, Hendrik. Auch ohne Grund. Nein. Wer lebt denn noch? Das war Yugahi. Wer lebt denn jetzt noch? Wie sich die Innocent immer gegenseitig tut. Wer lebt denn jetzt noch? Nur noch Yugahi. Aha, Julian, komm mal her. Ja, ja, ich bin hier, ich bin hier. Wo bist du? Wie habt ihr euch denn gegenseitig gekillt? Ähm, Max... Ähm, Yugahi ballert Hendrik ab. Ähm, Max ballert daraufhin auf mich. Ich kille Max und Yugahi killt mich. Dann bin ich einmal Traitor, weißt du. Kann ich mal jemanden killen. Oh, ich bin irgendwo runtergefallen. Ja, ist gut, mach weiter so. Nein, er ist irgendwo... er ist woanders gespawnt. Weil, äh, das... Hier gibt's... hier kann man glaube ich nirgendswo runterfallen, hier gibt's nur Teleporter. Ich weiß noch nicht mal, wo er ist. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß wo er ist. Nee, hä? Ach da, oh. WTF. Komm, ich bin hier in der Haupthalle von Super Mario 64, der Karso. Du musst durch das standen, ja genau. Ja genau, jetzt runter. Ihr verwirrt mich alle. Und Justin hoch. Ja. Ah, die Nutze! Kiezt doch nicht. Ja! I win! Schmeißt denn nur ne Leiche durch die Gegend da. Rigger Happy bist du wieder. Ich liebe doch nicht. Warum spielen das ein... Was ist das? WTF? Was machst du? Stirb Penny! Warum spielen das jetzt immer so viele Leute? Warum ist das momentan ein übelst angesagter Spiel? Ich verstehe, weil es lustig ist. Macht das total Spaß. Okay. Ja, das ist vielleicht bei der Map grad nicht so... Es ist eine moralische Frage, ob du einfach die Leute tötest oder nicht. Wer ist einer? Und... Blick Battle! Tappert ist es! Abballern! Nein! Abballern! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Schieß ihn ab! Das Nein kenn ich schon von heute! Was war's denn? War er das? Ja! Echt? War er das jetzt? Ich? Ich war's nicht! Der Trailer! Der Trailer! Der Trailer! Ich war's nicht! Hä? Oh man! Ich geh jetzt weg! Ich hab Angst! Er macht Random Kills! Was? Wer ist da? Ich halte jetzt die Klappe! Ich bin hier mit... Gerber Toy macht Random Kills! Halt, stopp mal! Lass mal überlegen! Warte! Ist jetzt Hendrik oder was? Philipp war das noch gar nicht! Ja! Philipp ist es! Ich bin gerade erst hergekommen! Ich hab euch überhaupt... Der war's noch gar nicht! Der hat auch nicht mal gesagt Inno! Doch klar hab ich Inno gesagt! Jetzt fang ich nicht wieder so an! Er verfolgt mich hier! Lass mich hier drüber! Wenn ich sterbe ist es Hendrik! Geh weg! Wo bin ich hin? Geh weg! Geh weg! Geh weg! Verfolgt mich hier! Ey komm mal! Ey verfolgt mich! Junge! Ich weiß noch nicht mal wo die sind! Oh! Ich hab Munition gefunden! Hä? Ich hab geschossen! Er hat mich verfolgt! Er hat mich verfolgt! Da kann ich jetzt aber nichts für! Ja! Random! Es ist Philipp! Ich hab gesagt er soll aufhören! Es ist Philipp! Ihr habt auch alle gehört dass er... Justin du bist es! Ich wette! Ich bin's nicht! Junge wo bist du denn? Das sag ich dir nicht! Du bist Traitor! Du bist Traitor! Du bist Traitor? Wetter! Ich hör die ganze Zeit Munition aber wo bist du? Ich hab selbst keine Ahnung wo ich bin! Ich hab selbst keine Ahnung wo ich bin! Also ich kann soweit ich das beurteilen kann ist er echt am Arsch der Welt! Ich bin durch irgendeinen... Ähm... Hier ähm... Jetzt hätte ich fast Herkules gesagt! Herkules! Ja! Hendrik verfolgt mich so und ich bin auf einmal weg durch so ein Portal und er folgt mir und dann sag ich so die ganze Zeit aufhör 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 auf mir zu folgen und ich dann dann schieße ich ihn so ab und ja dann jetzt bist du der Traitor! Jetzt bist du der Traitor! Was ne Logik! Hier ist Fanny Fresh! Fanny Fresh! Du bist das ne? Er ballert! Ich bin Eno! Er ballert! Ich komme wo seid ihr denn? Naja! Nimm die Waffe weg! Du bist das! Ich bist das mit... Er ist das! Er wusste ich doch! Ist er tot? Nein! Du bist so! Du bist so! Du bist weiter! Was? Yeah! I win! Du hast ihn denn alle da gekillt! Deswegen dachte ich das! What the fuck! Ich wüsste es! Ich hab mich schon gescheit rausgehalten! Erst! Ich wollte manchmal... Die beiden sind so weggelaufen! Dann dachte ich so jetzt ist nur noch Fanny in der Nähe! Ich hoffe der kommt die Treppe hoch! Dann kann ich ihn umbringen! Aber nein! Er läuft woanders hin! Ich renne die ganze Zeit hinter ihm her! Um ihn nicht auf den Augen zu verlieren! Um ihn einfach zu töten! Ja! Und dann hab ich ihn dann doch verloren! Ich hab dann doch gegenseitig gekillt! Verdächtig! Hauptsache verdächtig! Das Ding war doch nicht mal... Das war doch noch gar nicht angefangen! Verdächtig! Äh! Eigentlich müssen wir Yugahi jetzt einmal töten! Nein! Eigentlich keine random kills! Warum willst du mich random killen? Ja! Das fällt auf! Das macht dich sehr verdächtig! Dann würde ich ihn nicht random killen! Dann würde ich auch die Klasse weglaufen! Philipp! Philipp ist weg! Philipp ist Traitor! Ich hatte nur die scheiß McTen! Damit kann ich nicht mal eine Fliege töten! Wo seid ihr denn überhaupt? Warum bin ich immer der einzige der überall überall rumrennt, Alter! Warum sind die Türen so scheiße? Sag mir das mal! Da ist so! Da musst du mal fünfmal raufdrücken, Alter! Dann geht die erst auf! Du musst dagegen rennen! Aber egal! Ach da vorne! Hier bin ich eben in der Wand! Da ist Fanny! Fanny! Fanny ist crude! Fanny ist bei mir crude! Ich bin was? Du musst mal C drücken, Fanny! Dann geht so ein Menü auf! Mir geht kein Menü auf! Okay! Fanny ist inno! Fanny ist inno! Fanny ist inno! Hehehehe! 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 Ey! 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 Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Das war... Das war... Das war bestimmt... Yukari schon, ne? Ey! Ich war's nicht! Das war Yukari! Das war hundertprozentig Yukari! Junge! Ich war's nicht! Warum soll's denn gewesen sein? Ich war das nicht! Ich war das nicht! Nicht abballern! Ich bin innocent! Ich bin noch draußen! Ich bin noch nicht mal drinnen! Aber jetzt... Ich komm jetzt durch die Haupttür! Nicht schießen! Wir schießen den einfach ab! Nein! Einer von euch war das! Einer von euch beiden! Nein! Ich bin voll... Ich hab nicht geschossen! Warte! Der zielt immer auf links oder auf mich? Auf Fanny oder auf mich? Auf links! Der zielt immer auf Shepard, komm! Shepard, weg damit! Nein! Ich war doch eben! Ihr seid so behält! War er das? War er das? Nein! Nein! Verdammt! Scheiße! Boy! Mein Plan ist fast... Mein Plan ist fast aufgegangen, Alter! Ich kann nicht jede Runde Trader sein, Leute! Das geht nicht! Er wusste das mit dem Menü! Er hat uns mies ausgetrickt! Ja, Mann! Oh, Mann! Ich hätte dich jetzt schon erschießen können! Ja, ich dich auch! Ah, hier! Hier geht's raus, hier geht's raus! Ach, hier ist noch Moni! Schade, hätte ich das mal gemacht! Aber ich trau dir trotzdem nicht! Wie kommst du denn da hoch? Ich schraue dir nicht! Ich schraue dir nicht! Der da oben! Der da oben! Jabber! Nein, er ist Crude! Er ist Crude! Er ist der einzige, der bei mir steht Crude! Ja, bei mir auch! Das macht dich verdächtig, weil Fanny war bei mir auch eben Crude! Was heißt Crude? Na! Okay, er ist innocent, sonst hätte er zurückgeschossen! Was heißt denn Crude? Weiß nicht! Hä? Ich fang fest! Du bist aber bei mir auch auf Crude! Na! Du bist der einzige, der bei mir reputable ist! Ja, bei mir auch! Abballern! Ey! Hey! Er ist Traitor! Er ist Traitor! Er hat zurückgeschossen! Er hat zurückgeschossen! Er ist Traitor! Nein! Nein! Du hast mich erschreckt! Du kannst nicht jeden anschließen und erwarten, dass die dann nichts tun! Doch! Nein! Als Innocent schießt man nicht! Klar! Klar! Ich komm jetzt rein, ne? Ja, ich auch! Fanny ist hinterher! Tür ist ja zu! Mach jetzt! Wenn ich sterbe, ist es Fanny! Ich wette, Philipp ist es! Äh, rettet er mich schon wieder zurück! Warum es Shepard hört! Ja, weil Shepard auf mich gezielt hat! Weil... Nein! Weil... Yugahi auf mich geballert hat! Ohne Grund! Das ist Yugahi! Ja, der hier! Tot am Boden liegt! Er ist gestorben? Yugahi, hätte er nicht ihm grad noch geredet? Ne! Ich hab Angst! Ich habe noch nie geredet! Ich traue Fanny irgendwie nicht! Ich traue euch nicht! Ja, ich hab doch Yugahi nicht gekillt! Ich war doch die ganze Zeit gar nicht da! Außerdem bin ich die ganze Zeit mit Phil rumgerannt! Ich hätte ihn schon lange umbringen können! Das stimmt! Der hätte mich umbringen können! Gekillt oder Shepard ihn! Ja dann Shepard oder nicht? Nein! Nein! Ich würde sagen... Philipp! Der war die ganze Zeit mit mir unterwegs! Der hätte mich schon... Der hätte mich... Ich hätte Fanny locker töten! Der hätte mich locker umbringen können! Das hätte die alle gar nicht mitgekriegt! Der war aber noch nie... Trailer bei denen... Ich glaube Jabba 3! Ja komm, baller mich ab! Okay, ich warte! Jetzt hat er irgendwas ballert! Ey! Ey! Das war Philipp! Hast du das echt jetzt? Ja! Alter! Das hast du echt gut eingeregelt! Das wäre voll auffällig gewesen, hätte ich dich getötet da! Weil wir nur zu zweit waren! Mann! Wenn ihr zu zweit seid, dann ist es doch nicht auffällig! Doch, weil alle wussten, dass ich mit ihm da war! Achso, ja dann schon! Eno! 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 In continentia! In continentia! Also jetzt bin ich aber... Standard-mäßig für Hendrik, weil der war irgendwie... glaub ich noch nie, oder? Doch, ich war schon! Der fein soll man sein! Warum finde ich denn nur Munition? Ey geil, ich lauf auf dem Zaun! Nee, du warst noch gar nicht! Das macht dich farbe! Ja, aber ich hab wirklich noch nicht... Aiaiaiaia! Ey, kann man hier eigentlich, wie beim richtigen Super Mario auch in dieses Loch rein? Ja, klar! Da kommst du beim Wasserfall raus. Aber ich glaube, Justin ist es. Ah! Wo bin ich denn jetzt? Beim Wasserfall. Oder nicht? Ne. Bist du Traitor, Justin? Ich bin der arme Reiner, der hier alleine rumrennt. Hast du auch Leben verloren? Ja. Jemand hat geschossen. Wo seid ihr überhaupt? Das kann ich bezeugen. Da schießt noch jemand. Ich bin, äh... Ja, Fanny sagt die ganze Zeit nichts. Ey, was? Fanny, Fanny. Eindeutig. Ja, wenn ihr das sagt. Wenn ihr das sagt. Wenn ihr das sagt, hab ich gesagt. Ja, warte hier. Oh, bring mir ein Glas Saft. Bring mir ein Glas Saft? Kann man eigentlich auch nichts in die Hand nehmen? Ja, bei 6. Äh, untergebe mich. Wow! Ich wär fast hier runtergefallen. Ich rutsche hier noch. Ich komm hier nicht mehr weg. Ich rutsche auch. Scheiße, ich komm hier nicht weg. Ah ja, geil. Wer schießt denn hier andauernd? Hier, das ist in diesem Turm. Im Turm drin, ne? Wie kann man denn in den Turm rein? Hier runter. Wie kommt man denn jetzt hier wieder runter? Wo seid ihr überhaupt? Auf dem Dach. Auf dem Dach hier. Auf dem Dach? Ja! Ich werd nicht zerquetscht. Ach, da unten läuft einer. Ich stand da. Ich wollte gucken, ob ich zerquetscht wär. Ach so, ich soll ihn abschießen. Wasser springen hier vorne. Ja, komm, versuch. Ich will nicht. Wir springen gleichzeit, ich komm hier hin. Ja, okay, komm. Wo bist du? Ja, hier. Und... Geh vor! Und... Ah! Ich hab überlebt. Wo seid ihr denn? Hier ist ne Treppe. Hey, hier wird auf mich geschossen. Es wird auf mich geschossen. Von Yugahi. Ja, da hinten ist grad einer draufgegangen. Wo seid ihr denn? Ja, Yugahi ist Traitor oder was? Oben auf dem Dach muss einer stehen. Justin, du kannst hier runter springen. Jabatoi ist das da unten. Da wann? Yugahi ist es. Der steht da oben auf dem Dach. Der hat nen Sniper. Er hat auf mich geschossen, oder nicht? Ja. Auf Yugahi. Auf Yugahi. Warum auf mich? Ich mach doch gar nichts. Du hast mich abgeschossen. Ah! Hab ich nicht! Hä? Ich... du hast mich schon wieder abgeschossen. Innocent schießt ihn nicht zurück. Selbstinter... Ganz blutig. Hast du deine Tage? Ja. 19. Warte, warum machst du mit Jabatoi los? Er schwimmt hier so rum. Jabatoi, du machst dich irgendwie auffällig, dadurch, dass du dich überhaupt nicht daran stößt, dass wir Yugahi abballern. Nein! Ich hab mir den aber gerade geholt. Achso, okay. Dann nehm ich das wieder zurück. Hätte Philipp das mal eher gesagt, dass er da gerade hingeht ins Wasser, dann wär ich zu... eher gegangen und hätte ihn dann versucht zu töten, dass er nicht ins Loch gehen kann. Dann hab ich Philipp da beim Loch rumhampeln sehen und dann dachte ich, okay, baller ich ihn einfach mal ab. Okay, baller ich ihn einfach mal ab. ... Vielen Dank.